Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saw the Game und dem Beagle. Irgendwann versteht der Beagle, was er hier tut. Irgendwann. Also ich packe jetzt das da rein, es geht noch da, es geht noch da, es geht noch da. Yes. So, ich packe das da rein, es geht noch da. Das müsste stimmen. Genau. So, es geht noch da. Genau. Es geht noch da, es geht noch da. Es geht noch da, es müsste ein rotes sein. Nein, ich hab's falsch gemacht. Ich wollte ein blaues, äh, ich wollte ein rotes nehmen, ich Dummi. Tut mir leid, Amanda, hab mich verklägt. Jetzt dürfte blau aber richtig sein. Hat's halt Pech gehabt, die gute Frau. So, es geht noch da, es geht noch da. Okay. Es geht noch da, es geht noch da. Es müsste richtig sein, wenn ich jetzt rot mache. Es geht noch da, es geht noch da. Nein, ich wollte ein rotes machen, ich wollte ein rotes machen. Scheiße. Ja, sorry, Amanda. Es geht noch da, es geht noch da, es geht noch... Ein blaues. Ich meine, blau kann jetzt nicht noch voller werden. Ich müsste rot mal hinkriegen. Es geht noch da, es geht noch da, es geht noch da, also ein rotes. Es geht noch da, 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 ein blaues. Ich hab's jetzt verstanden, ich darf mich jetzt nur nicht verklicken. Es geht noch da, es geht noch da, also ein blaues. Es geht noch da, es geht noch da, ein rotes. Okay. Ich muss jetzt nur verstehen... Ich muss jetzt wirklich nur verstehen, was ich hier tue. Das geht nach da. Das gibt noch da. Und es ist eins, es muss ein rotes sein. Okay. Es gibt noch da. Und es gibt noch da. Ich glaub, es muss ein blaues sein, aber sicher bin ich mir nicht. Es gibt noch da. Es gibt noch da, also ein blaues. So, und jetzt gibt es wieder, ähm, noch da. Es bleibt darin stecken, also muss es ein rotes sein. Es gibt noch da. Es gibt noch da unten. Es müsste richtig sein. Es gibt noch da. Es gibt noch da, also ein rotes. Hör endlich auf, dich zu entschuldigen, Amanda. Du machst mich ganz nervös. So, du kippst noch da. Du kippst noch da. Hier müsste ein blaues richtig sein. Du kippst noch da. Du kippst noch da. Die Frage ist, kippt das unten jetzt nach rechts oder nach links. So, du kippst noch da. Du kippst noch da. Du kippst noch da. Du kippst noch da. Ein blaues. Ein blaues. Du kippst noch da. Ein rotes. Du kippst noch da. Du kippst noch da. Ein blaues. Ja, Amanda, bitte. Bitte störe meinen Kopf nicht. So, du kippst noch da. Aha. Der Beagle hat's gecheckt. Ich hab fünf Minuten dafür gebracht. Okay. Und dann? Beschädigte Waren. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich kann nicht glauben, dass ich hier wieder bin. Oh mein Gott, der Detective ist so schlau, dass er weiß. Der Detective ist so schlau, dass er versteht, dass das hier eine Falle ist. Wow. Da weiß man direkt, warum er Detective ist. Ich weiß gar nicht, was ich da eingesammelt hab. Sei es drum. Dieser schlaue Mensch hier. Was haben wir denn hier? Dude. Das lief nicht so gut für dich, ne? Tut mir leid. Ich muss weiter. Mein Mitleid hält sich für die Leute hier in Grenzen. Er holt sich ja immer bestimmte Leute, die ja alle nicht so unschuldig sind. Turnband aufheben. Warte mal kurz. Da ist nämlich was. Nichts gefunden. Dann ist hier doch nichts. Im Keller vergrabene Geheimnisse finden. Ich möchte aber das Turnband haben. Ist das so? So sicher bin ich mir da jetzt nicht, ne? Okay. Jigsaw, ich bin doch schon längst gefangen bei dir. Ich mach doch, was du sagst. Was willst du denn noch von mir? So. Schauen wir mal. Ich muss sagen, jetzt geht's eigentlich mit der Helligkeit. So halbwegs. Warum hab ich einen Herzschlag? Ich weiß nicht, wo sie diesen Kessel herhaben, aber er funktioniert einfach nicht richtig. Die Dichtung der meisten Halskörper können dem Druck einfach nicht standhalten. Wenn wir den Kessel weiterhin auf diese Weise benutzen, wird er uns eines Tages um die Ohren fliegen. Fly? Ne. Doch. Fly Watkins Oberaufseher. Der ist wirklich... Ray. Oh Gott, Leute. Das ist die Schrift, ne? 2009 hat man das mit dem Lesen noch nicht so ernst genommen. Können ich eigentlich mit dir reden am Ende, oder? Guck mal, die ist zumindest mal anständig angezogen. Nicht nuttig oder so, wie sie es manche gemacht haben. Hat ein T-Shirt an, schöne Jeans an, Stiefel dazu. Ein total normales Outfit. Ach, komm. Äh, ich... was? Das ist schlecht. Ja, die Reue hält sich bei... Oh! Auf Wiedersehen, Amanda. Schweinebär-Mann. Tja. Auf Wiedersehen, Amanda. Du störst mich ja eh nur. Ist also alles kein Thema hier. Aber wo bin ich hier? Das ist eine Viel... Get this thing off me! Take it off. Take it off. Take it off! Huch. Friend or enemy. Leider ist er tot, also kann ich nicht genau sagen, was er ist. Ah, von mir aus. Komm. Äh, was? Oh, erst die Junkie-Nadeln und dann... Ja, auch noch fleißig die Säure. Sehr unrealistisch eigentlich. Darf ich nicht? Ich hab doch den Schlüssel. Tür öff... Hab ich den falschen Schlüssel, Sophie? Nee, falsch. Nee, einen anderen Schlüssel hab ich. Interessant. Na gut. Und dann geh ich mal weiter hier. Ah. Er rennt von mir weg. Dude, ich kann dich super verprügeln. Ich hab dafür voll das gute Werkzeug. Lass mich dich verprügeln. Komm schon. Oh, bitte. In Jigsaws Welt kann selbst das Gen gefährlich werden. Achten Sie auf Schrotflinten, Stolperdrähte am Boden und deaktivieren Sie diese, bevor Sie losgehen. Sie können diese mit den richtigen Objekten noch wieder aktivieren und gegen Feinde einsetzen. Okay. Ja, aber... Okay. Macht mal einen Counter, wie oft ich sowohl die Quicktimes verkack als auch keine Stolperdrähte übersehe. Vor allem bei der Sicht hier, ne? Stolperdrähte bei der Sicht hier. Das ist in etwa... Ach, komm. Wegen des Dampfes zum Ver... Du, du warst wirklich so doof und bist da reingerannt? Das tut mir leid für dich. Da hast du nicht nachgedacht. Also ich muss sagen, das Spiel ist im Moment nicht richtig schwer. So, es ist sehr angenehm zu spielen. Äh, Ihnen ist bestimmt bekannt, dass einer der Dichtungen in der Nähe des Kessels heute kaputt gegangen ist. Der Austriebner Dampf hätte Bruce beinahe den Arm abgerissen und der Arzt sagte, dass er ihn vermutlich dennoch amputieren müsse. Es ist viel zu gefährlich, den Kessel weiterhin mit diesem Druck zu betreiben. Wenn die nächste Dichtung kaputt geht, könnte jemand dabei umkommen. Ray Watkins, Oberaufseher. Ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich erkannt, dass das ein R ist. Schweinebärmann! Was ist das überhaupt für ein Detective? Ich habe das Gefühl, dass das Leben jetzt deutlich schwieriger wird. Dunkelheit erhellt. Okay. Ist okay. Habe ich das schon ausgemacht? Was denn? Ich brauche einen Schlüssel, ne? Ja, schauen wir mal. Stimmt, in einem der Kloß. Ja, ich versuche... Danke. Einfach mal voll reinlangen. Ehrlich gesagt bewege ich gar nicht. Ich packe einfach und dann macht der ganz von alleine. Also... So, was haben wir denn hier? Oppalas, tut mir leid, dass ihr das jetzt hört. So, ich konnte jetzt schlecht ans Telefon mit einem Let's Play. Habe ich im Übrigen hier auch nur stehen, äh, liegen gehabt, weil ich noch, äh, telefonieren musste und dann habe ich es vergessen rüberzubringen. Im Schrot finden Kragen reagiert auf bestimmte Feinde mit ähnlichen Kragen. Wenn sie einem von ihnen sich näher kommen, fangen die Lampen hinten am Kragen an zu blinken. Je näher der Gegner, desto schneller blinkt sie und desto eher geht ihr eigener Kragen hoch. Nach Aktivierung sollten sie sich also von Gegnern mit einem Kragen möglichst fernhalten. Bleiben sie lang genug auf Entfernung, exklusiert der gegnerische Kragen und wird deaktiviert. Äh, machen wir die Tür zu und verriegeln. Sollte reichen, oder? Sollte reichen. Da ist ein Tonband. Ja gut, dass ich das töten oder getötet werden. Na dann. Ich habe ihm schon wieder nicht zugehört. Puppenarm. Da rein muss ich. Okay. Naja. Ich habe Jigsaw schon wieder nicht zugehört. Darin bin ich ja echt gut. Was ist da jetzt drum? Ich mache mal hier den Lichtle... Oh, ist das hier dunkel? Hm. Ich habe Angst, dass hier irgendwo Schrotdinger sind. Äh. Nee, das kann nicht gehen. Das sollte aber gehen. Oh mein Gott, kann ich das auch anders bewegen als mit dem Stick? Oh, Moment. Ich will einmal gucken, ob die Myrida da ist. Hatte ich euch letzte Folge erzählt. Ich kann einfach so bezahlen. Das irritiert mich. Geh mal wieder zurück. Ich will die eigentlich jetzt gerade gar nicht haben. Ich könnte Myrida übrigens kaufen. Also. Ich bin irritiert. Ist die wirklich noch da? Ah. Ich muss aber sagen, das ist mir im Moment zu teuer. Na gut. Ja, ich hätte Myrida noch kaufen können. Ich warte aber, bis sie bei ihrem PS. Ach, komm schon. Nein! Wenn ich das hier auf Zeit machen muss, habe ich ein Problem. Ich bin ein Problem. Aber dann geht das ja gar nicht. Ah, damit macht die Zahnradgröße. Aber das dreht sich dann gar nicht. Ah, das würde gehen. Das würde gehen. Das würde gehen. Das geht ja auch nicht. Oh Gott, logisches Denken und so. Ja, das geht. Aber warum geht das anderen nicht? Das geht aber nicht. Das nervt mich. Das geht nicht. Wie viele habe ich denn zur Verfügung? Ich meine. Wie, das geht jetzt nicht. Ähm. Ne, Leute. Irgendwie kriege ich das gerade nicht hin. Dann bin ich aber wieder da, wo ich vorher war. Das geht alles nicht. Warum geht das denn nicht? Na, gib doch die Zahnräder her. Ja. Und dann bin ich immer noch hier. Das bringt mir also nichts. Das geht ja nicht. Doch, das geht. Ähm. Auch das geht. Na, na, na. Oh mein Gott, das war sehr umständlich. Wie viel Zeit habe ich jetzt daran verplempert? Und einiges. Er ist glücklich. Er hat eine Kiste aufgemacht. Wow. Die Dinger sind ganz schön heftig. Äh. Ich gehe, glaube ich, erst mal hier lang. So scheint mir schlauer. Aber. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Nö. Okay. Schade. Ich muss in den großen Raum da hinten. Dann machen wir das doch. Aha. Na gut, dann werde ich das mal machen. The wheel is near me. Na, wenn das so ist, gucke ich erst mal unten. Da, 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 da. Okay. Ein Baseballschläger. Ja, nee, das ist mir nicht wert. Ich habe Stolperdraht gefunden. Aha. Okay. Dann muss ich wohl da hinten hin. Und hier gibt es auch keine Falle. Ah. Äh. Aua. Aua. Nein, warte mal, warte mal. Ich sollte den vielleicht eventuell... Oh, nein. Okay, hatte das jetzt was mit mir zu tun, oder? Äh. Nein, Tab, das wollte ich nicht. Okay. Ich glaube, das war gar nicht, ähm, auf mich bezogen. Ähm. Nee. Aber was hätte ich denn jetzt hier machen sollen? Hier ist doch sonst nichts. Okay. Ist der... Ach, der hat die Tür hinten aufgemacht. Okay. Oder habe ich das jetzt missverstanden? Nee, die Tür war ja schon auf. Ähm, okay. So ganz... Verstehe ich... ...nicht... ...einen Sicherungskasten? Nein. Kann ich da hinten lang? Ist da ein Weg? Ach, da ist ein Weg. Das muss man mir doch sagen. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ich will es nochmal versuchen. Bitte lass mich den jetzt nicht nochmal prügeln müssen. Ich befürchte aber schon. Äh. Nee, warte mal. Tür schließen. Was? Ich bin hier hinten? Das ist ja frech. Ich bin hier hinten. Das ist ja frech. Okay. Aber was sind das für ein räudiger, ähm... Speicherpunkt. Okay. Ach, komm. Das ist jetzt anders, ne? Ja. Will ich das echt nochmal machen mit dem... Irgendwie habe ich keine Lust, das nochmal zu machen. Nee, sorry. Aber das mache ich nicht. Äh. Da lang muss ich ja... Ja, ja. Äh. Okay. Einmal hier alles durchsuchen. Einmal hier alles durchsuchen. Ah, nein, nein! Ist der tot oder nicht? Okay. Sorry, boy. Mach mal... Äh. Nein, hallo. Mach doch bitte einmal an. So, wo war die denn jetzt hier? Ach, guck mal. Da war die. Ich bräuchte einen Speicherpunkt. Das wäre ziemlich nice. Ein Speicherpunkt wäre sehr nice. Äh, wie. Warte mal. Oh. So. Äh, keine Ahnung, was ich hier alles so finde. Von der anderen Seite verriegelt. Okay. Der Part ist aber eigentlich rum. Ausgang. Oh Gott, ey. Warte, was? Wenn sie eine Sicherung haben, können sie damit einen Sicherungskasten aktivieren. Durch die Aktivierung eines Sicherungskasten wird eine Tür, eine Lampe oder sogar eine elektrische Falle für ihren Gegner mit Strom versorgt. Sobald der Strom fließt, sollten sie sich vom Wasserfütz in fernhalten. Mhm. So wie der Dude da vorne. Das tut mir leid für dich, Dude. Was hab ich denn jetzt in der Hand? Ich weiß es einfach nicht. Ich werd mal das Zahnrad verlagte. Was holen wir noch? Marie, sie nennen diese Leute Wahnsinniger, aber ich sehe das anders. Zumindest jetzt. Sie sind genauso wie wir, Marie. Hier ist eine Patientin namens Emma, die dir sehr ähnlich ist. Sie sieht aus wie du, lacht wie du und riecht wie du. Es sind die Ärzte, die diese Leute in diesem Gefängnis festhalten. Ich schreibe dir diesen Brief, um dir zu sagen, dass ich zum Entdeckerfest nicht nach Hause kommen kann. Du bist jetzt zu weit weg von mir. Ich werde hier bei Emma und meinen andauernden Freunden und bei meinen anderen Freunden bleiben. Wir haben etwas Großes geplant. Das klingt jetzt nicht so geil. Äh. Kann ich hier die Tür zumachen, oder kann ich hier zumindest die Sicherung wieder reinmachen? Ähm. Ne, das bringt mir nichts. Warte mal, nein, 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 das bringt mir nichts. Ich kann das hier alles durchsuchen, ne? Nichts gefunden. Na? Andererseits, warte mal. Ich habe eine Idee. Du auch? Beide? Alles okay. Na, von mir aus. Wenn sie beide tot sind... Ich überziehe jetzt gerade ordentlich. Wo komme ich da jetzt raus? Exit ist verschlossen. Aber ich möchte einen Speicherpunkt haben. Ich möchte einen ganz, ganz klaren Speicherpunkt haben. Wo ich sagen kann, yes. Genau das möchte ich. Wo war es denn? Ich finde den Weg nicht mehr zurück. Das ist doch geil. Hier war es. Hm. Hier war es. Hm. Hier muss ich lang. Ich sollte jetzt wirklich vorsichtig sein. Ich möchte nicht aus Versehen. Hm. Wo muss ich denn hin? Das ist ja Wahnsinn. Oder laufen noch mehr rum? Warte mal. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, wenn ich ehrlich bin. Eine Sicherung. Sehr schön. Hm. Kann ich die hier einsetzen? Aber sicher kann ich das. Wo ist denn der Dude jetzt? Wo ist der denn? Der ist hier nirgendwo. Das irritiert mich ein bisschen. Hm. Was? Okay. Okay. Ich bin voll am Überziehen. Einfach weil. Ah. Okay. Wir sind jetzt schon bei 35 Minuten und ich habe einfach noch keinen Speicherpunkt. Verdammte Scheiße. Ich möchte doch einfach nur einen Speicherpunkt haben. Mehr möchte ich gar nicht. Ich weiß ja nur nichtmals, was ich hier tue gerade. Das ist das Allerschlimmste. Ich laufe hier irgendwo rum, ohne zu wissen, was ich hier tue. Ach, komm, gib mir einen Speicherpunkt, bitte. Nix da. Sind die schneller als ich? Puh. Habe ich natürlich keine Lust nochmal zu machen. Aber irgendwo hier muss es doch verdammt nochmal einen Speicherpunkt geben. Ja, die Musik kann jetzt noch so spannend werden. Solange ich keinen Speicherpunkt habe, bin ich nicht glücklich. So sieht es aus. So muss ich hier runter? Hm. Sieht schon so aus, ne? Versuche ich mal. Ach, wer da rumholt. Warum gebt ihr mir keinen Speicherpunkt? Das ist doch unglaublich. Das geht gar nicht. Nein. Nein. Das könnte aber in der Tat gehen. Das könnte aber auch in der Tat gehen. Okay. Ich stelle keine Fragen. Wie, ich habe das jetzt aufgemacht für, ähm, gar nichts? Ich habe das aufgemacht für gar nichts. Okay. Irgendwann finde ich das noch. Mein Gott, ich bin jetzt schon bei 38 Minuten und habe noch keinen Speicherpunkt gehabt. Aber ich kann halt nicht weiter aufhören, ohne... Sag mal bitte, dass ich wieder da hochkomme. Nein, Detective Tep kommt nicht nach da oben. Das heißt, hier muss irgendwo der Weg sein. Beratet ihr mir, wie es geht? Ich weiß es nämlich nicht. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt trotzdem hier einen Cut rein. Ach, guck mal hier vorne. Wie renne ich denn überhaupt? Hallo? Ich habe kein Sicherungsding. Achso, das ist schlecht. Ähm, okay. Mach ruhig langsamer. Tep, mach ruhig langsamer. Wir haben noch 39 Sekunden. Oh Gott. Ich werde sterben. Ähm. Okay. Ah. Das geht... Warum... Okay. Elf Sekunden hatte ich noch über. Habe ich jetzt einen Speicherpunkt? Ich glaube, ich habe jetzt einen Speicherpunkt. Okay, wisst ihr was, ihr Lieben? Ich mache nämlich jetzt hier einen Cut rein. Jetzt habe ich einen Speicherpunkt. Endlich. Es sind ja nur 38 Minuten. Also, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Saw. The Game. Und dann werden wir das Ventil anbringen und mal gucken, was wir hier machen müssen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und der ist mir, Kommi. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich wünsche euch den... Leben.